Freunde, mein Name ist Tomasch, ich bin Pole und möchte euch heute gerne meine Geschichte erzählen. Meine Kusis nennen mich auch Tommy. Ich bin zu dem Zeitpunkt 15, 16 Jahre alt, wo ich das hier erlebt habe, was ich jetzt erzähle. Ich bin mit meinen Freunden unterwegs in der Hood. Wir sind richtige Gangster. Käppi zur Seite, Sommer, wir sind mit Unterhemden unterwegs, unterwegs, kurze Hose, das Ghetto gehört nur uns. Wir leben und die ganze Welt gehört uns, nicht nur die Hood. Eines Tages sehe ich eine Frau. Wie gesagt, ich bin zu dem Zeitpunkt 15, 16 Jahre alt, sie ist so 28, 29. Und sie grüßt so vorlieb, hey, na, wie geht's? Wir gucken uns alle gegenseitig an und denken, Digga, hat sie gerade mit uns geredet? Mit diesen riesen Möpsen da? Ich sage, nein, nein, Bro, sie hat mit dir geredet. Tommy, sie hat genau mit dir geredet. Ich so, bist du dir sicher, Cousin? Die sagen, ja, 100%. Auf jeden Fall, ein paar Tage vergehen, ich sehe sie wieder, sie grüßt wieder, sie macht so. Und ich kann mit der Situation gerade gar nicht umgehen. Ich bin eigentlich voll der Gangster und so, ich bin voll der Harte von uns. Und sie macht mich so übertrieben schwach, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich dachte, sie ist einfach nur freundlich, bin ich ehrlich. Weil sie hat immer nur gesagt, hey, na, wie geht's? Alles gut bei euch? Wir haben gesagt, ja, bei uns ist alles gut. Wie geht's dir? Und dann hat sie gesagt, ja, bei mir ist auch alles super, alles klar, bis dann. Tschüss. Und dann saß sie einmal auf dem Spielplatz mit ihren zwei Kindern. Ihre zwei Kinder waren am Spielen. Ich kenne auch, also wir kennen auch ihren Mann, einen Südländer. Auf jeden Fall, sie guckt wieder so, sie lächelt mich total an. Sie sagt, hey, wie geht's dir? Was machst du? Wie ist dein Tag? Ich rede mit ihr und denke so, Digga, Freundlichkeit bis zu einem gewissen Grad. Aber irgendwann hört diese Freundlichkeit auf. Das hat hier nichts mehr mit Freundlichkeit zu tun. Ich gehe zu ihr hin. Ich setze mich genau neben sie und sage zu ihr, wir müssen doch nicht so schreien, oder? Dann guckt sie mich an, sagt sie, nee, müssen wir auch nicht. So, wie geht's dir? Was machst du? Wie läuft dein Tag? Sie sagt, ja, ich bin hier mit den Kindern. Mein Mann geht immer morgens zur Arbeit um sieben Uhr. Die Kinder bringe ich um halb acht zur Kita. Um halb eins hole ich die Kinder von der Kita wieder ab. Dann komme ich nochmal ganz kurz mit denen hier auf den Spielplatz. Und um 13.30 Uhr ist mein Mann zu Hause. Und dann fässt sie einfach mit ihrer Hand so über meinen Oberschenkel. Cousins, die Hose wurde enger in dem Moment. Ich konnte damit nicht umgehen. Ich dachte, was geht hier ab, verdammte Scheiße? Diese heftige, geile Milf steht auf mich. Für mich war sie ja schon eine Milf. Ich bin 16, sie ist 29. Ich sagte zu ihr, also bist du morgen um halb acht unterwegs, bringst du die Kinder weg? Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Dann sagt sie, ja, genau. Ich so, und um acht Uhr ungefähr bist du wieder da und hast bis zwölf Uhr Zeit. Dann sagt sie, ganz genau richtig. Ich so, und du wohnst in diesem Block, in welchem Stock wohnst du denn? Sie sagt, im fünften, links, letzte Tür. Ich so, okay. Vielleicht sieht man sich ja mal. Sie sagt, ich hoffe, dass wir uns mal sehen. Auf jeden Fall, ich komme auf mein Leben nicht mehr klar. Ich darf das den Jungs auf gar keinen Fall erzählen. Weil ich weiß, wie meine Jungs sind. Wenn ich sage, Jungs, so und so ist passiert, die sagen, glaubt mir. Wisst ihr, was die zu mir sagen? Wir wollen mit. Die werden eiskalt einfach sagen, Bruder, wir wollen mit. Ja, aber Bruder, das geht nicht. Ich, ich kann doch nicht mit drei, vier Jungs bei ihr auftauchen, Bruder. Das ist ja nie. Versteht ihr das? Das kann man doch nicht machen. Lass mich erst mal hin und lass mich erst mal die Lage abchecken. Denke ich mir so selber. Und dann gucken wir. Nächsten Tag, ich bin, ich weiß ganz genau, sie ist um halb acht. Geht sie raus, bringt die Kinder weg. Sie kommt irgendwann kurz vor acht wieder zurück. Aber die Nacht, bis es halb acht wurde, das war, glaube ich, die längste Nacht in meinem Leben, weil ich weiß nicht, was mich erwartet. Trinke ich mit ihr einen Kaffee? Rauche ich vielleicht einfach nur eine Kippe mit ihr? Sitze ich da einfach nur mit ihr und unterhalte mich mit ihr? Was wird da laufen? Ich stelle mir alles vor. Alles, wirklich. Ich stelle mir wirklich alles vor. Auf jeden Fall, ich bin um Viertel vor acht, nee, 20 vor acht, bin ich schon bei ihr im Treppenhaus. Ich sitze auf der Treppe, weil wenn sie um acht Uhr kommt, läuft sie an mir vorbei und dann wird sie entweder sagen, möchtest du mit oder möchtest du nicht mit? Oder sie sagt einfach gar nichts und läuft einfach weiter. Auf jeden Fall, ich sitze da, es ist richtig kalt. Mit Cousins, es ist Winter, Winter, Winter. Es ist Dezember, es ist noch dunkel. Ich sitze da wie so ein Dullio auf der Treppe, bin voll am Zittern. Und als 16-Jähriger tut man ja alles einmal. Man tut ja wirklich alles dafür, um... Ihr wisst schon. Auf jeden Fall, ich sitze da auf der Treppe, ich bin voll am Zittern und weiß nicht mehr, wohin mit mir. Auf einmal höre ich noch so klack, 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 klack. Ich höre Stiefel. Cousins, Jeanshose, Stiefel bis zu den Knien. Auf jeden Fall, sie kommt hoch, sie sieht mich, sie sagt, oh, da ist ja jemand überpünktlich. Hast du es eilig? Ich habe gesagt, nein, ich habe es nicht eilig, aber ich wollte auch keine Zeit verlieren. Ich möchte jede Minute nutzen, bis 12 Uhr. Dann sagt sie, ja, dann komm mal mit. Und nimmt meine Hand und zieht mich so hinter sich her. Sie macht Schlüssel rein, falscher Schlüssel. Und ich werde immer nervöser. Ja, die macht doch endlich den Scheiß Schlüssel rein. Wie lange dauert das? Sie versucht den Schlüssel, der geht auch nicht. Sie sagt, oh, Moment, die sehen alle gleich aus. Macht Schlüssel rein, dreht. Schon allein das Drehen hat sich angefühlt, als würde das fünf Minuten dauern. Wir gehen auf jeden Fall rein. Sie sagt, möchtest du was trinken? Ich habe gesagt, nein. Mir ist kalt. Ich möchte nichts trinken. Sie sagt, ach so, dir ist kalt. Soll ich die Heizung anmachen? Ich habe gesagt, nein. Hast du vielleicht irgendwo eine Decke? Sie sagt, ja. Ich so, wo denn? Sie sagt, in meinem Schlafzimmer. Ich so, in deinem Schlafzimmer? Sie sagt, ja, in meinem Schlafzimmer. Ich so, möchtest du mir zeigen, wo dein Schlafzimmer ist? Sie sagt, ja. Komm mal mit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es kam gar nicht zum Schlafzimmer. Wir stehen im Flur. Auf einmal fällt sie über mich her. Cousins. Sie küsst meinen Hals. Sie küsst mich hinterm Ohr. Auf jeden Fall. Sie zieht dann. Sie macht einfach so mein Gürtel auf. Dann hat sie mich gefragt, soll ich deine Schrotflinte polieren? Ich habe gesagt, was hast du gerade gesagt? Sie sagt, mach einfach deine Augen zu. Cousins, das war unvergesslich. Auf jeden Fall. Ich habe bis 12 Uhr war ich mit ihr. Ich bin mit einem Lächeln aus dieser Wohnung gegangen. Und das Ganze ging dann über Wochen. Über Wochen. Wirklich Wochen. Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich habe es irgendwann nicht mehr ausgehalten. Ich musste es jemandem erzählen. Es war einfach ein Traum. Ich hatte jeden Morgen um halb acht ein Date. Halb acht, acht hatte ich ungefähr ein Date. Und ich denke mir so, ich muss das meinen Cousins erzählen. Das geht so nicht mehr. Wenn die wissen, ich knall die, die kommen auf ihr Leben nicht mehr klar. Weil jeder von uns stand auf sie. Wirklich jeder, jeder stand auf sie. Ich würde es euch gerne beschreiben, Cousins, aber das mache ich jetzt lieber nicht. Auf jeden Fall. Ich sage zu meinem Kollegen, ich sage zu ihm, Bruderherz, du glaubst nicht, mit wem ich was seit zwei Monaten habe. Er sagt, mit wem? Ich sage, Bruder, das darfst du niemandem erzählen. Das ist ein bisschen gefährlich. Sie ist verheiratet. Er sagt, wer? Ich sage, Bruder, Jacqueline. Er sagt, was? Du knallst Jacqueline? Ich sage zu ihm, Bruder, seit zwei Monaten. Er sagt, Digga, mein Cousin knallt sie auch. Ich sage, Digga, wie, dein Cousin knallt sie auch? Er sagt, doch. Ich sage, wann denn? Bruder, ich bin jeden Morgen da. Mir, Bruder, keine Ahnung. Ich weiß nicht wann, aber er auch. Ich sage, Digga, du hast gerade richtig meinen Kopf geballert. Was soll das denn? Ich dachte, ich wäre was Besonderes und sie macht das nur mit mir, weil sie auf mich steht. Sie sagt, Bruder, sie ist eine kleine Snitch. Viele haben sie schon geknallt, glaub mir. Ich sage, ja, Bruder, okay. Okay, ich bin ehrlich, Cousins, das hat mich echt übertrieben getroffen. Ich war echt traurig. Den nächsten Tag, ich war da, ich sage zu ihr, hey, Jacqueline, hast du vielleicht so eine Affäre noch mit jemand anderem? Sie sagt, was interessiert dich das denn, du Pisser? Hast du deinen Spaß oder nicht? Ich sage zu ihr, Digga, wie redest du? Wie, Pisser? Sie sagt, ja, hast du deinen Spaß, ja oder nein? Ich sage zu ihr, ja, hab ich. Ja, also dann halt doch einfach deine Fresse. Ich gucke sie so an, ich so, wie redest du eigentlich mit mir? Sie sagt, halt doch doch einfach deine Fresse und genieß es doch einfach. Ich so, ich kann es nicht genießen, wenn du so direkt mit mir redest. Sie sagt, Junge, komm, verpiss dich, geh, kleines Kind. Ich so, was denkst du eigentlich, wer du bist, Mädchen? Was ist los mit dir? Und dann war ich kurz davor, aus der Tür rauszugehen und dachte mir, Digga, das wird mir jetzt jeden Tag fehlen. Ich muss das irgendwie jetzt wieder retten, ich drehe mich um. Sie sagt, was ist denn noch? Ich habe zu ihr gesagt, Baby, entspann dich mal ganz kurz. Hast du auch deinen Spaß, ja oder nein? Sie sagt, ja, ich so, ja, tamam, das ist doch alles gut. Wenn du deinen Spaß hast, ich meinen Spaß habe. Ich sage zu ihr, fick mit wem du willst, was juckt mich das, Mann? Halt mich einfach aus allem raus, wenn gut ist. Auf jeden Fall ein paar Wochen vergehen. Wir chillen in der Hood. Auf einmal hören wir Schreie aus ihrem Balkon. Sie wohnt im fünften Stock. Hör auf damit, tu das nicht, mach das nicht, was weiß ich. Und ich höre nur noch einen anderen Mann auch schreien. Und denkst du, shit, Alter. Sie streitet sich gerade übertrieben mit ihrem Mann, was ist da los? Auf einmal, ich schwöre es euch, wie in einem Film. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind acht, neun, acht, neun Jungs. Alle hungrig unterwegs. Und wir alle gucken nur noch auf diesen Balkon und denken, was ist da los? Alter, warum schreit die so? Und wie in einem Film auf einmal fliegt da ein Mann aus dem Balkon und bam, auf den Boden. Wir rennen da alle hin. Wir gucken, er hat Blut am Körper, Stichwunden und wurde aus dem fünften Stock geschmissen. Wir rufen sofort Krankenwagen, Polizei. Wir sagen, hey, hier ist dies und das passiert. Ein paar Freunde machen Fotos von ihm. Was ist, hey, steh auf. Schau, lustige, komm. Auf einmal, wir sehen, ihr Mann rennt aus der Wohnung raus. Ihr Mann rennt aus der Wohnung raus. Rennt weg. Aus dem Block und rennt weg Richtung sein Auto. Steigt ein. Ich höre nur noch Reifen quietschen und er ist weg. Ich denke so, scheiße, Alter. Nicht, dass was mit Jacqueline passiert ist. Ich gehe nach oben. Ich renne die Treppen hoch. Fahrstuhl kam einfach nicht. Ich renne in den fünften Stock. Ich kriege gar keine Luft mehr. Ich gehe rein. Jacqueline liegt da auch. Jacqueline, Jacqueline, steh auf. Was ist passiert? Sie sagt, bitte ruf einen Krankenwagen. Ich gucke, ob irgendwo bei ihr auch Blut dran ist. Ist nicht. Er hat sie nicht mit dem Messer angegriffen, aber er hat ihr wahrscheinlich irgendein Ding verpasst. Die Arm hat Sterne gesehen. Auf jeden Fall, sie liegt da. Ich sage zu ihr, Jacqueline, was ist passiert? Sie sagt, ja. Was soll passiert sein? Ich habe gesagt, was ist passiert? Rede mit mir. Sie sagt zu mir, Dennis war hier und ich dachte, er ist noch auf der Arbeit. Und er hat uns einfach erwischt, wie wir miteinander schlafen. Und er ist durchgedreht. Und er kennt Dennis. Ich so, Dennis, sein Kollege Dennis? Sie sagt, ja, ja, genau, dieser Dennis. Ich so, boah, und dann, was ist dann passiert? Sie sagt, bitte, ich kann nicht. Und so, bitte ruf endlich einen Krankenwagen. Ich habe einen Krankenwagen schon gerufen. Sie hat das gar nicht mitbekommen. Sie ist so durcheinander. Bei ihr gehen ja wirklich alle Gedanken gerade durch den Kopf. Alle, komplett alle Gedanken. Krankenwagen ist auf jeden Fall erst mal bei dem Kusi unten, der vom Balkon geschmissen wurde. Der wurde direkt mitgenommen. Der Arme hatte Prellungen, Brüche, Messerstiche. Wir haben irgendwann gehört, der ist in Lebensgefahr und ist im Koma. Ihr Mann wurde verhaftet wegen schwerer Körperverletzung, bla, 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 wurde er verurteilt. Er kam in den Knast. Ja, und Jacqueline gehörte von nun an nur noch uns. Die Akkusenks auf jeden Fall. Was soll ich euch sagen? Jacqueline hat echt, also ihr war das echt egal, dass ihr Freund und der Vater von den Kindern auf einmal im Knast war. Aber wie gesagt, wir waren 16 Jahre alt, wir waren wild, wir waren hungrig. Und sie wollte. Auf jeden Fall, die Story war zwar echt lustig an einigen Stellen, aber jetzt kommt der unangenehme Teil. Ihr Mann kam irgendwann raus und hat einfach Ibo abgestochen, Ibo hatte auch was mit ihr gehabt. Er ist aus dem Knast gekommen, das allererste, was er getan hat. Er hat einfach Ibo abgestochen, Ibo ist gestorben. Direkt, direkt, Digga. Der kam, er hat diese Frau über alles geliebt wahrscheinlich, aber irgendwas lief da schief und sie musste sich das einfach von woanders holen. Und sie hat, glaube ich, einfach jeden aus dem Block mal herangelassen, um zu gucken, was so abgeht. Aber es hätte jeden von uns treffen können, das war echt. Danach habe ich mir gedacht, Digga, stell dir mal vor, ich wäre an dem Tag da gewesen. Ich würde an dem Tag neben ihr stehen. Ich wäre vielleicht heute tot. Vielleicht wäre der tot, er tot oder der tot. Aber einfach Ibo, Digga. Schock, 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 wirklich Schock. Ich möchte euch mit dieser Story einfach sagen, Finger weg von solchen Frauen. Ehrlich. Sie können Leben zerstören. Sie hätte von wem was weiß ich, wen das Leben zerstören können. Irgendein Typ fliegt auf einmal aus dem fünften Stock. Ibo auf einmal tot mit mehreren Stichen auf dem Boden. Sie ist irgendwann weggezogen. Digga, krank. Das war, das war eine Story aus unserer Kindheit, die hat uns echt alle geprägt, man. Wir reden bis heute noch darüber. Das Ganze ist jetzt 19 Jahre her. Geisteskrank. Deswegen, Kusis, habt euch im Griff. Und auch Mädels, habt ihr euch auch im Griff. Was soll ich euch sagen, Alter? So eine Story habe ich ja noch nie erzählt hier auf diesem Kanal. Aber, diese Geschichte hatte seine Höhen und Tiefen. Und deswegen hat sie mich auch so inspiriert. Ich küsse eure Herzen. Cousins, folgt mir und mein Bramilio auf jeden Fall auf Instagram. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es muss auf diesem Kanal nicht immer nur um Mord gehen und um Entführung gehen. Jeder Mensch hat so seine eigene Geschichte und eure Geschichte ist unsere Bühne. Ich küsse eure Herzen. Es werden noch ein paar Ehrenleute gegrüßt. Bleibt dran. Vielleicht bist du heute dran, Cousin, Cousine. Ganz liebe Grüße an Asam. Ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Erfan und Ardan aus Tirol, meine Cousins. Ich küsse eure Herzen. Ganz, ganz liebe Grüße an euch. Nico und die Red Light Crew. FFM. Ich küsse eure Herzen. Ganz liebe Grüße an euch. Sergio und Max. Ganz liebe Grüße an euch, Cousins. Gian und Levent. Meine Cousins. Ganz liebe Grüße an euch. Kerim Bra. Ganz, ganz liebe Grüße auch an dich. Marlon Kandimir. Ganz, ganz liebe Grüße an dich, Cousin. Und auch ganz, ganz liebe Grüße an den Brederbas. Derbas, ganz liebe Grüße an dich. Dominik und Hani. Ich küsse eure Herzen. Ganz, liebe Grüße auch an euch. Sipan Issa. Ganz, ganz liebe Grüße. Mirano. Auch an dich, Cousin. Ganz liebe Grüße. Laureen aus Nordenham. Ganz liebe Grüße auch an dich, Laureen. Ganz liebe Grüße noch an mein Cousin Ferit. Und Ali aus Wuppertal, mein Cousin. Ganz, ganz liebe Grüße auch an dich. Und zu guter Letzt Abdul Sattar und Mohammed, meine Cousins. Ich küsse eure Herzen. Ganz, ganz lieben Grüße auch an euch. Und das war es eigentlich heute. Ich küsse eure Herzen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und folgt mir und meinem Breder Emilio auf Instagram. Euch allen noch einen wunderschönen Abend. Euer Saeed Ibrahim. Ich küsse eure Herzen.